ja cool der hilft mir jetzt woher weiß er dass ich den schienenwagen habe ich hab doch gar nicht mit dem gebrochen ich sehe hier einfach nichts ohne die taschenlampe ist echt krass naja eine neue gasmaske brauche ich auf jeden fall auch noch mal vielen dank mein freund da glänzt was aus wie eine gasmaske aussieht kann ich jetzt nicht hier lang oder was aber ich kann sie nicht nehmen scheißdreck ich glaube das piepst immer wenn ich in diesen radioaktiven bereich reinkomme da sollte ich mich nicht länger als mut wenn ich aufhören ich schau mal nach wenn irgendein scheiß passiert ist das ist das klo und einen neuen tabellator für euch einen neuen eintrag kommen lest euch mal schön durch ihr seid richtig schnell im lesen unglaublich scheißdreck ich treffe aber auch nix ich habe vergessen das licht von meiner taschenlampe auszumachen ich vollpfosten ich habe nichts wenn du kommst das schmierig ich habe 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 was ich habe Ich habe fett ins Feuer gekippt und fängt es an zu brennen, ja krass. Wer hat mich festgenagelt? Wo ist er hin? Ich schieße natürlich genau gegen diese scheiß Stangen. Na egal. Jetzt kann ich meine Taschenlampe auch wieder anmachen, wenn ich sowieso entdeckt worden bin. Ich muss mir echt mal mehr Mühe geben. Und meine Framerate geht wieder runter, was soll der Scheiß? Was? Bald. Sehr bald. Na, ruhig bleiben, Kameraden. Hä, wo ist denn hier die Treppe? Da ist ein Miststück! Ich komme nicht an diesen Typen ran. Ich glaube, das ist der letzte, den ich killen muss. Der hat mich natürlich direkt gesehen. Meine Fresse. So. Gibt es ja sonst noch etwas Interessantes? Ne, ne? Dann fahre ich mal weiter. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe hier drinnen etwas vergessen. Ah ne, hier war ich ja. Mein Fehler! Mein Fehler! Boah, krass, wenn ich hier durchlaufe, zerstöre ich einfach alles. Ja, der Schienenwagen ist jetzt ein bisschen zerstört, würde ich sagen. Sieht nicht mehr so fit aus. Kann ich nicht da durch, oder was? Oder immer nur Stück für Stück? Ne, sieht nicht so aus, als ob ich da durch könnte. Oder ich habe einen Hebel vergessen, mit dem man die Tür aufmachen kann. Ach, das war das Klo hier. Ah, aber das ist eine Gasmaske! Gut, dass ich nochmal hier hingegangen bin. Und noch mehr Munition. Habe ich eben einfach voll vercheckt. Die Frage ist, warum zum Teufels Namen komme ich da hinten nicht durch? Ne. Also die Tür geht auf jeden Fall nicht auf. Dann muss ich einen Schalter finden, oder sowas, womit ich die aufmachen kann. Ja, kacke, die Frage ist nur wo und wie. Immer diese Sucherei. Hier ist kein Schalter. Hier auch nicht. Und da ist er. Ich bin so ein blinder Idiot. Ich laufe immer an allem vorbei. Ja, wunderbar. Ich fahre ich hauptsache erstmal fünfmal gegen die Tür, um zu gucken, ob die so aufgeht. Was ist los jetzt hier? Du wachst! Der Boss hat gesagt, wenn wir nur einen von den Spitzen durchlassen, kriegt er uns am Arsch! Ohne Scheiß. Ach, dann lass uns gehen. Dass sie meinen Schienenwagen nicht gehört haben. Was zum Teufel? Wessen kann ich? Was ist mit meiner Framerate los? Muss ich das verstehen? Wenn ihr es auch seht, bei mir leckt es gerade übertrieben. Ich weiß jetzt aber nicht, wo der letzte Kontrollpunkt war. Ich habe nur noch acht Frames. Was ziemlich scheiße ist. Okay, er speichert. Ich höre jetzt nochmal kurz auf. Und dann sehen wir uns gleich an dieser Stelle. So, Freunde der Nacht. Ich habe mal mein Aufnahmeprogramm neu gestartet. Beziehungsweise einfach meinen gesamten Rechner neu gestartet. Weil, äh... 13 Frames. Ich bitte euch, das kann nicht wahr sein. Deswegen beten wir mal zu Gott, dass es jetzt besser wird. Aber ich denke doch, wir müssen das besser werden. Sieht doch gut aus gerade. Noch läuft es. Oh ne, jetzt geht wieder runter. Kann es sein, dass man eine Grafikkarte Schwierigkeiten mit dem Rauch hat, den zu simulieren? Äh, das kann sein. Aber eigentlich dürfte es nicht sein. Ich muss euch schauen, die Kinder, bitte. Oh, 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 oh. Tut mir leid, Leute. Ich musste gerade mein Spiel nochmal neu starten, weil sich mein Aufnahmeprogramm aufgehangen hat. Aber ich hoffe, das wird ja im Schnitt jetzt nicht so deutlich. Egal, weiter geht's. Wenn man denkt, es ist vorbei, ist es nie vorbei. Aber jetzt hängt es wenigstens nicht mehr. Das war doch mal gezielt und geil. Junge. Junge. Geht's ja, danke. Egal. das ist gerade sehr spannend ich weiß nicht ob ich durchkomme oder nicht hier muss ich dann hast du schon von dem tunel meister weißt du an der endstation hat das gerade gesehen das einfach aufgetaucht was machen die mit den armen frauen und kindern alter das ist jetzt echt gefährlich er hat nicht geschossen wein gehabt hier komme ich raus auf die gleise aber da will ich erstmal nicht hin helfen da komme ich doch oder nicht nicht blöd habe ich mir tatsächlich verlaufen oder was ich bin gerade nicht so wirklich durch wo ich schon war und wo nicht bin ich gerade rausgekommen auch noch dieser raum mit den drei leuten hier vorne irgendwo tot tot die lampe blendet ein wenig der war auch die längste zeit am leben cool und ein speicherpunkt ja wo geht es denn hier weiter oder war es das einfach nur ein raum mit ein paar leuten ohne oder was zum bluten ja ist das auch scheiße aber meine freie mit dem keller hier ich muss noch mal kurz abbrechen schäubaum bis dann schäubaum bis dann bis dann bis dann